Willkommen zurück zu TTT Ja, du hast gefehlt Gleiche Besetzung Und zählt's noch nicht runter! Ich hab doch, ich hab grade gesagt bei 0 fang ich an, wenn die Zeit 0 läuft Ja, zählt auch 3, 2, 1, ich hab das nicht verstanden. Habt ihr das verstanden, Leute? Ja Oh, fickt euch doch Fick was ab Ich hab nicht zugehört, also Ich schratze ab weg, obwohl ich innocent bin und Air Detective Okay Fallschaden Na hallo Also, wenn Jungs abtötet, der ist wirklich cat innocent, also greift die nicht an, okay? Oh, das schade ist ungefähr Nachdem Kuba mich glücklicherweise im letzten Part exekutiert hat Okay, auf mich geballert, Daniel Nein, Flur hat auf mich geschossen Ich würde was gucken Ah, okay, funktioniert Aber jetzt nicht exekutieren, Kuba Exekution Ach ja, stimmt, hier gab's Hier gab's ja auch noch ein Schwert Ja, ist ja auch ein Schwert Das haben wir schon mal herausgefunden, dass das Schwert Schaden macht, Bernie Was, wenn man in ein Schwert läuft, kriegt man Schaden, halte ich für ein Gerücht Was? Das klingt irgendwie auch ein bisschen falsch, ich bin in ein Schwert gelaufen Ach, Bernie ist ein Schwert Ich hab's gehandelt, weil du mir die ganze Zeit Daniel Oh, lol Ich hab 4 HP Im Sprung mit der Pump Oh Oh Leute, jetzt lasst euch nicht von Berni Kuba, bist du noch da? Ja, genau Kuba, ich hab noch 4 HP, ne? Äh, ich vermute, das shit, äh Das shit, vielleicht Das war unter uns Hier, Kuba, ich bin rechts von dir Vorsicht Ne, das war hier oben Nice, Kuba Läuft vor die Jäte Äh, lol Alter, hier ist so ein Massaker Alter, das Schwert lag da auf dem Boden, Leute Ja, ich bin auch durchgelaufen Mega, das Massaker Ich hab mit dem Shirt immerhin, Bernie schon halb runter geholt Alter, wie ich gerade gesprungen bin, wo Daniel mich angeschossen hat, mit dem wieder Pump-Shot-Garnetta drehen Der war nice, der war nice Der war schwar lucky, aber nice Der sah echt mega nice aus aus meiner Perspektive Das war so richtig Neo-Style, leider Erst der Kugel ausgewiesen und dann BAM Headshot Geil Wer ist denn Neo? Oh mein Oho Wir sind zu jung So Findet Neo Findet Neo Findet Neo Ich war, ja Alright Hi Ja ist es, ja ich weiß Banny ist Detective, ich bin innocent, oh nein, Kuba, exekutier mich Wo bist du, Junge? Ich hab sogar ein Schwert, du kannst mich sogar diesmal mit dem Schwert köpfen Geil So, äh, Ninja Katana Aua Pfff Pfff Kleines Au 88 hab ich Alter Au Alter Alter Auf, man Bin zockt Ich hab gerade geschossen Guck mal Ich bin zockt Uuuuua Aua Aua Hörst du mal auf? Ich bin zockt Weck, weck, weck Uua, Flo darf auch noch mal eingeritzt werden Aua, Flo, Flo, das fällt da Flo, Flo So, Precharge Ich mach jetzt Siege Style hier Okay, da Aua, jetzt laufe ich Jetzt laufe ich Jetzt laufe ich Ich laufe ich Jetzt laufe ich Ich laufe, mei Ah, da meine ich Hm, da ist Jung Das war gut von einem Aua, hat weh getan So, richtige Seite da Wurde von der Kale gekillt Das ist fluid Das ist fluid So, Precharge Oh, gass Oh, gass Boah Oh, Mann, Alter Cover me! Reload it! Als, da Wo ist der? Ach so, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da Na, na Na, na Du scheiß Camperfotze, ihr frisst das, ey Ich bin jetzt da reingelaufen Ah ja, das sagen sie alle Du hast aber vor gehabt, da zu campen und das ist die Sünde gegen diesen Bad Nein, ich hatte nichts vor, ich wollte mich nur besser vorbereiten für dich Ja, ja, das sagen sie alle Gibt's irgendeinen anderen Weg da oben? Achso, ja, könnt ihr nicht antreten Ah Nö Tja, was soll man jetzt machen? Auf den Schwert Auf den Schwert Auf den Schwert Nö Nice Ich hab gedacht Flo ist, hat Flo mich nicht auch gekillt? Natürlich, ich war auch Traitor Ach, ich war's auch, Leute, ich hab mit dem Schwert die beiden Traitor angeritzt Wie geil Und Daniel Ah, Daniel ist präventiv schaden At least, at least I tried At least you tried Ja, ich hab gedacht, dass es echt Flo und Zapp sind Weil der auch von oben Daniel erschossen hat Ich hab Flo erschossen Ich hab Flo erschossen Ich hab Flo in sich Style gemacht Oben aufgemacht und dann von oben reingeschossen Breach Rebo sex Rebo sex Rebo sex Peresse Ja, Daniel muss mich schaden Konnt nichts schaden Der konnte nichts mehr schaden Der konnte nichts mehr schaden Alles ab Nein Alles ab Nein Ja, ich hab, ich dachte, at least I tried Ich hab probiert, da runter zu springen Und dann in den Totspringen Oh, da ist schon einer tot Bernie ist durch eine Explosion gestorben Ja, nein Explosion? Explosion? Ohne Spaß, der ist durch eine Explosion gestorben Traderwaffe, keine Ahnung Warte, Moment Ich bring euch hier den Oh, da sind die Zombies, passt auf Ne, äh, Fake Bar Fake Leiche Weißt du? Fake Leiche Das kann tatsächlich sein Bei einer Explosion Aber hier, ihr könnt euch die angucken Ich hab die jetzt, warte, ich bring die hin Breach Ich bring die Moment, da, hier Guckt die die an Sub Wo bist du denn? Explosion Explosion Cause their end Passt aber auf Es kann gut sein, dass die irgendwann in die Luft fliegt Oh, da sind Zombies Ja, ich meinte doch Jetzt nicht mehr Sind gerade die Wo ist die Leiche? Ja, äh, warte, komm, guck mal, ich bring dich hin Okay Ich geh in Magneto Holzstart geh ich sogar Magneto Ah, Explosion Da liegt die Leiche Ja, Daniel, was guckst du denn so? Ich möchte mir noch was holen So gut, was steht da auch, wer ihn als letztes gesehen hat Ja, Sub Wie Sub? Aber der ist durch eine Explosion geschehen Au! Ich bin drüber gelaufen Das bedeutet ja nichts Wie viel Damage macht das? 94 Aber was kann ich denn hier alles explodieren? Explodieren Explosion Ja nix, deswegen ist es wenig gleich Also ist es nicht Bernie Traitor oder was? Ja, wenn wir Bernie sehen, dann schießen wir ihn über den Haufen Hallo Oh, okay Okay Ja dann Jung hat eine Schrotze Das einzige, den ich hier nicht sehe Entweder Wieso ich? Du bist ja mit einer Schrotze Und Flo und die Sub waren direkt neben mir Alles klar Ah, Dings da Auch genau das ist auch diese Geheimtür Genau direkt da, wo Bernie's Fake gleich ist Ist die Geheimtür Oder vielleicht hat Jung ihn Nice Roundsup, Alter Guck mal, genau richtig das Maul gestopft Wollte grad sagen, vielleicht hat Jung ihn doch gekillt Wie hast denn Bernie gekillt? Gar nicht Bernie, what the fuck? Hä? Wie hast du ihn zum Explodieren gebracht? Ich weiß auch nicht Das ist eine Selbstentzündung Ich weiß es Ich weiß es auch Mach durch den Creeper unten vielleicht Ja, wahrscheinlich Boah Aber er war doch nicht im Keller Die Leiche Vielleicht ist doch irgendwie seine Leiche durchgebackt in die Etage oder so Eddie, was ist passiert? Du musst es doch wissen Ja, da ist, äh Ich bin durch den Creeper gestorben Und bist in die erste Etage geflogen Der ist im Keller unten Ja, was ist die Etage? Nee, ich bin im Keller Nein, du warst im Erdgeschoss Deine Leiche locken Da hast du nicht zugeguckt, Junge Deine Leiche war am ersten geschossen Ich war maximal verwirrt Äh, Fußspuren? Muss testen Äh, Creeper? Nein, guck, was muss testen Läuft jetzt nochmal rein Los, wir machen sie von oben Los, rauf rein Rauf rein Lauf rein Die möchten mich nicht verletzen Wir sind doch mit Siege-Style wieder von oben Ja, ich hab mit Cooper Und Paul und Bernie sind durch die Zombies gestorben Oh Mann, und diesmal bin ich auch innocent, ey Ja Oh ne Hier, da ne Nein Nein Ja, genau Ein wütendes, ein wütendes Niesen Einfach mal mitten ins Mikro rein niesen Genau Schön, dass das Schnurder noch dranhängt am Mikro Wir entfernen dich Möchtest du vorbei? Möchtest du durch? Nein Du sollst dich von mir entfernen Warte, ich möchtest du der Leiter da Smoke! Ich möchte, dass du... Da ist keine Leiter Da hinten ist die Leiter Hui Dann... Hey, hey Ich geh um die Ecke Geht das? Ficker Ich weiß, dass ich ein geiler Ficker bin Knickknack Okay, ich hab nochmal überprüft Man kann kein DNA Sample von ihm nehmen, wenn er durch Zombies stirbt Ja, er wohnt ja auch von Zombies Macht Sinn? Was für eine DNA? Ne, ich hab nur gedacht, dass es vielleicht auch geht, dass man dann auch den Auslöser finden kann Jeder, der mich sieht, schonmal vorweggenommen, ich bin runtergefallen Jungen, wann bist du hört? Wer mich das fragt, der kriegt einen Headshot Wann bist du hört? Flo, was guckst du denn so auf den Boden? Hast du grad geshoppt? Den Letzten Den Letzten, den er gesehen hat, war Copa Ja gut, aber das hat nichts zu sagen Ja, da waren wir alle da dran Ja Er hat auch genauso gut Sub sehen können oder Jung Oder dich Flo ist draußen Ab ihn Dann ist es wohl noch Copa Copa Ja Copa Sub Amba Amba Copa Sub Wichen Ehh, hoi Wichen 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 Ehh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entertainment 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 da war auch wieder männlicher Schrei oh leu hey oida und Zombies oben ja Zombies oben, scheiße wie ist Dany denn gestorben, alter Creeper oh der liegt draußen bei den Kühen durch die Kühe gestorben durch die Kühe, hä, wie kann man denn durch die Kühe ich bin Schottgarn, ich bin Schottgarn, das steht irgendwo einer komm, Ace gib mir das heiß, Ace, zu dir Ace, Alter, das nennst'n Ace mach mal Ace in Rainbow Six Siege, dann reden wir weiter Ace oh da hat Sub los oh man, ey oh yes alle niedergeschotzt nein, Momino, Kuppa warum, Leute, warum sie sind alle meine Schotze ja, Kuppa, Sub hat echt eingekillt warum seid ihr alle tot gewesen ja, Dany direkt am Anfang der Runde ich meine sogar noch und Daniel jetzt dann stand Ben, ich stand nicht hinter Ben und dann hat Flo die Leiche konfirmt oh, Leute okay, die Tür hinterm, äh, am Haupteingang die Secret der Zombie knabbert dich an die Secret-Daughter ging auf, Bernie die, die haben, die haben da Leiter die kleine da am Haupteingang der war deine Nähe ich und Sub sind draußen, der Junge ist auch draußen ich bin, nein, ich bin direkt neben Bernie ja, ich sag, du bist draußen oder du bist da dann wüsste ich das gar nicht wer ist hier nicht da wer ist hier nicht da ja, Flo, oder? nee, oder Ben ja, Flo Theoretisch hätte es auch Daniel sein können weil der stand neben Bernie bei der Tür ich kann es auch sein ich war es aber nicht die ging halt genau auf als ich reinkam gerade ja, ich, ja, aber du hättest die aufmachen können du musst ja nur du musst ja nur die Hand benutzen ich kann es auch sein vielleicht hätt es einer einfach nur aufgemacht ist dann auch mal nicht reingegangen weil ich es Daniel gesehen hat ja, wahrscheinlich ja, aber Daniel Daniel kann es ja auch sein der hätte sich selber aufmachen ja, das will ich nicht bestreiten aber ich war es nicht ich habe es da nur gesehen ja, aber ich kann es auch sein also, wie gesagt ich würde keinen Proven nennen der daneben stand ich wollte es ja nur anmerken und aus dem gibt es ja immer noch den zweiten Trader deswegen wie steckt dir die Kuh hier im Gras ja Bernie äußert sich auch nie ist wieder sehr produktiv mit ist das? jawohl ja, wenn es der Detective steht davor Daniel so Daniel, Bernie, die Tür was? ab, äh ich habe die Tür nicht gesehen Leute, der macht sogar Geräusche hier, sub, ich schenke dir was hier von meiner Farm danke hui achso, ich habe gedacht, sub und gott gekillt von hinten trotz der Kassmann von dem Abfall wurde ich gekillt ne, ich wollte, ne, ich habe nur die Shotgun gehört ich wollte dich beschützen Entschuldigung Lutsch, Alter sub, so hat es ein leichtes Opfer mit Wunders äh, schlechtes Idee ja, nicht, das Ding kaputt machen come on hoi ich folge dir, Jung was? ich stehe hinter dir mit aus gibt es auch und unter die Flure an 22 wo ich da es ist ein und ich Ja, wird hart geschraubt. Ich glaub, Jürgen will mich absnacken. Oh Gott! Ich glaub, die die ganze Zeit hinterher. Ich hab nur gebreached, alles safe. Wie geht es dir? Fall da nicht mehr runter. Du weißt, das hat mich das letzte Mal gekillt, ne? Und Sub springt da mit Wuhne drunter, also. Was folgst du mir, Bernie? Meine Nase hoch! Nein! Zu hoch ist das doch gar nicht, dass man da so viel Damage bekommt. Ja, 10. Hier wird geschrost irgendwo. Ich hab 22 bekommen. Da ist wieder die Tür auf gewesen, Bernie! Ja, ich wollte rein. Du wolltest... Kannst du die auch aufmachen? Nein. Ja. Sonst werden wir uns da übrigens diskutieren. Ja, aber das hat was zu sich sagen. Ja, das ist echt. Bernie wärst doch gefangen gewesen, weißt du. Oh, hier liegt aber Muni auf dem Tisch, ey. Meine Fresse. Na, spring mal drauf. Das ist bestimmt ein... Nee, da kann man aktivieren, oder? Ja, dann fliegst du in die Luft an die Decke. Du klatschst quasi mit der Schädeldecke am Kopf auf und an der Decke auf. Ich sehe überall Blutflecken, Bernie, bist du das? Die sind alle in den Leitern, die Blutflecken auf. Hat Bernie schon wieder seine Menstruation, oder was? Nee, Sub wurde... Nee, Sub wurde von, ähm, Zombie angefressen. Das heißt ehrlich... Ja, ich kriegst du Smoke. Sub kann nicht die Blutflecken an den Leitern verteilt haben. Okay, einer ist im Raum drin. Ja, ich und Bernie. Okay. Hä, seid ihr da reingegangen? Ja, das Ding ist vor uns aufgegangen. Alter, irgendeiner der beiden Traitor denkt sich auch nur so... Trollololo, ich mach das ganze Zeit auf. Bernie, darf ich runter wieder? Nein. Ich komm hier nicht mehr raus. Einer hat mich grad ein bisschen an die Bernie-Aktion, wo ich Bernie mal im Traitor-Raum, äh, bei Community-Bowling eingesperrt hab. Wie du weißt. Weil... Wenn du eh nur bist, musst du ja der Traitor da reinkommen. Ja, aber... Da denkst du, du hast hinten den Traitor-Tester aufgemacht und hast du da reingelaufen? Ja, eben. Boah! Was schießt du denn auf mich? Und wir alle so, Bernie ist Traitor, Bernie ist Traitor. Wirklich, Bernie. Ja, Bernie ist aus Panik dann hinten reingelaufen. Wenn Bernie auf mich geballert hat. Ja, du kannst ja sein. Bernie, hast du ihn getötet jetzt oder nicht? Oder hat er dich ge... Nein, ich hab Bernie nicht gekinnt. Ich hab nicht auf den geschossen. Weil er strotzt da die ganze Zeit rum. Ja, ich will hier raus aus diesem fucking Traitor-Haus. Ja, strotzen hilft dir nicht. Nur der Traitor und der hat euch jetzt richtig schön gefangen, weil ihr kack-knappst einfach reingegangen seid. Na Flo. Flo! Haupteingang! Loil. Okay, hier liegt ne Leiche. Daniel. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Doch. Warum bin ich das denn jetzt schon wieder? Ja, der knallt auf Flo ab, der weint er dir. Wo? Wo ist Flo? Der ist gerade vorbeigelaufen. Wo? Direkt hinter dir und er hat nichts gemacht. Wo ist der denn? Deswegen bist du da wieder rausgekommen und hast sofort Daniel gefunden, wo der gerade eben noch Flo Flo gesagt hat. Ja, ich hab den nicht gesehen. Sehr schön. Loil, Flo war tot? Okay. Ja, sehr schön, Kopper. Schade. Ich hab aber echt nicht. Ich hab Flo nicht gesehen. Kein... Nicht einmal. Okay. Aber er hat dich nicht abgeknallt, deswegen war's für mich dann... Ja, aber wenn wir uns nichts erinnern, kann er mich auch nicht abknallen. Er hat dich aber gesehen. 100% Flo. Hast du direkt gesehen? Ich bin direkt in der Ecke verschwunden. Ich hab niemanden gesehen. Ja, siehste. Pff, that logic wieder, Alter. Zeigen sie alle. Ne, aber du warst schon wounded, bist wieder aus dem Trailerraum rausgekommen und Bernie hat auch nichts mehr gesagt. Also es war schon genug. Er wird uns... Er wird uns... Er wird uns... Ah, Benni sagt ja nie was. Ja, okay, das stimmt aber trotzdem. Du warst ja aus dem Trailerraum raus. Das war die Evidence. Aber es geht noch Evidence. Das ist die letzte Runde heute, oder wie? Noch ne mehr blöd sich glaub ich nicht, ne? Das stimmt, letzte Runde. Ja, das ist der letzte Runde. ZOMBIS! ZOMBIS! Hier. ZOMBIS! 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 Ficker. Wo er sich versteckt, ey. Wie er sich wieder setzt, ne? Ja. Wenn du Innocent bist, dann sollte ich das eigentlich nicht kümmern. Benni spielt grad voll Anti-Innocent, Alter. Ja, und killt dabei einen Innocent oder was. Killt dabei einen Traitor, mein ich. Wo war Daniels Löcher? Weiß ich nicht, wo die ist. Keine Ahnung, hab ich ihn nicht gesehen. Äh, gibst du doch... Warte, ich geb sie euch. Sag doch, wo du bist, ey. Benni, weg deinen Arsch jetzt hierher. Alter, wenn du dich sofort wickst, dann schieß ich dich über den Haufen, Alter, wenn ich dich sehe. Glaubst du Innocent bist du oder nicht? Und nur noch Sub. Gott verdammt, ey, wo bist du denn? Ich suche Bernie. In der Bibliothek war grad einer. Da bin ich. Okay. Ah, ich weiß, wo er ist. Ich sehe da oben Blut. Auf dem Dach? Nein, kommt erste Etage, Kuppa. Wenn du vom Hauptengel kommst, linker Flügel. Wenn du von der anderen Seite kommst, rechter Flügel. Da oben ist Blut, da muss er liegen. Oder da muss er... Ah ja, hier im Turm oben drin. Ja, genau, genau. Ich sehe ihn. Guck mal, da oben ist er. Die Leiter hoch. Da oben. Geh du hoch, wenn er nicht wegtreibt, ist ja schon mal... Ich könnte doch übers Dach kommen. Ja, aber du willst doch die Tests mit ihm machen, oder nicht? Wer ist im Dach? Ich bin auf dem Dach. Ja, lass da hoch, lass da hoch. Komm, Sub, wir gehen da hoch. Ich gehe nicht hoch. Ja, einer von euch, Innocent, soll das auch machen, wenn ihr nicht Trader seid. Ich bin aber nicht der Überzeugung, dass es Danny Trader ist. Ich habe aber Angst, dass der nicht wegweist. Ja, ich glaube es auch nicht, aber ich habe Angst, dass der... Der widersetzt sich uns allen irgendwie. Ja, der wird mich auf jeden Fall versuchen abzuklären. Ich habe ein bisschen Angst. Danny. Nein. Du kommst jetzt runter, Ben. Du kommst so viel zu... Danny, wenn du nicht sofort runterkommst, dann bist du scheiß Traitor. Dann stürmen wir dich zu viert und klein dich über den Haufen. Willst du das? Das ist eine klare Ansage. Okay, los geht's, Jungs. Alter, der Typ ist so scheiß Traitor, ey. Jetzt müsst ihr doch über zwei. Ja, aber er hat doch die Leiche im Turm. Da liegt eine Leiche im Turm. Jung. In den Klaus. Ich hätte noch Danny machen können, Junge. Fick. Mach den nicht mehr noch mal aufs Klo. Nice one! Nice! Nice one! Yes! Bernie, du Brixxer. Und Sperni, Sperni haben wir verloren. Sperni haben wir verloren. Und mit dieser schönen Aktion beenden wir diese... Inkompetenz wie immer. Ja, und mit dieser schönen Aktion... Einfach ein Idiot. Eine geile Runde, komm. Ja. Eine geile Runde, ja. Mit dieser schönen Aktion beenden wir diesen Part. Mit den Idiotenpreis. Wir sehen uns. Bis dahin, ciao.